Jungs, was geht ab? Ich führe euch mal ein bisschen rum hier. Ich zeige euch mal das Gym. Das ist unser Kampfsportbereich. Hier sind wir so zu 90 Prozent. Mein zweites ist zu Hause. Ich führe euch mal ein bisschen rum hier. Also, wie man sehen kann, Cardio-Sachen, Laufbahn, Fahrrad, Stepper. Unser Krafttraining-Bereich hier. Ich würde mal sagen, es ist ein richtig geiles Gym. Unsere Crossfit-Ecke. Also, eigentlich alles, was man als Sportler, Dachsportler oder Fitness-Junkie braucht. Wir können ja auch noch nach oben gehen. Da haben wir unser kleines Store. Also, hier für die Leute, die halb Handschuhe oder Equipment, Klamotten brauchen. Können sich gerne hier sein, Freunde. Ja, danke euch, Jungs, für das Interview. Aber jetzt ist langsam Zeit. Ja, ich muss mich nicht mehr sagen. Komm, du bist doch.